Musik Die Samtgemeinde Neuenhaus feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Ein halbes Jahrhundert voller Entwicklungen, Herausforderungen und Erfolgen. Musik Dieser Film nimmt Sie mit auf eine Reise und zeigt die Vielfalt des Lebens in der Samtgemeinde. Es würdig die Menschen, die diese Region zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Ein lebendiger Ort des Miteinanders, der Innovation und der Tradition. Musik Die Mühlen der Region, stolze Wächter der Vergangenheit, drehen sich im Rhythmus der Zeit und erzählen von der Beständigkeit und Innovationskraft, die die Samtgemeinde Neuenhaus seit jeher prägen. Im Winter erfüllt der Klang der Middenwinterhörner die Luft. Eine uralte Tradition, die die dunkelste Jahreszeit erhält und die Gemeinschaft in Vorfreude auf das neue Licht vereint. Nicht zuletzt lebt in Neuenhaus die plattdeutsche Sprache fort, ein kostbares Kulturgut, das Geschichten, Lieder und die tägliche Kommunikation bereichert. Diese Sprache ist mehr als nur ein Dialekt. Sie ist Ausdruck der Identität und Zugehörigkeit, ein lebendiges Zeugnis der regionalen Geschichte. Musik Die Wirtschaft der Samtgemeinde Neuenhaus hat sich dynamisch entwickelt. Vom einstigen Erdölzeitalter bewegt sie sich heute mit Pioniergeist vorwärts, hin zu erneuerbaren Energien. Der Windpark Esche und der Solarpark in Georgsdorf sind sichtbare Zeichen dieses Wandels, die Neuenhaus als Vorbild in Sachen nachhaltiger Entwicklung positionieren. Musik Zugleich ist Neuenhaus ein Standort für weltweit agierende Unternehmen, die Innovation ins Zentrum setzen und die lokale Wirtschaftskraft stärken. Diese Firmen zusammen mit einem lebendigen Handwerk und der Landwirtschaft, die sowohl Tradition als auch Moderne umfasst, bilden das wirtschaftliche Rückgrat der Region. Die Samtgemeinde ist ein lebendiges Zentrum des Tourismus, verstärkt durch die Reaktivierung und Wiederanbindung an das Schienennetz der Regiopa. Diese verbesserte Verkehrsanbindung öffnet Türen für Besucher aus nah und fern und trägt maßgeblich zur Belebung der Region bei. Lokale Feste wie der Stadtfest in Neuenhaus und der Weihnachtsmarkt in Lage bieten Einblick in das einzigartige Flair und die Herzlichkeit der Gemeinschaft und ziehen Gäste aus der ganzen Region an. Doch Neuenhaus hat noch mehr zu bieten. Sie sind eine reiche Kulturlandschaft, geprägt von Orten wie dem soziokulturellen Zentrum SCAR. Seit seiner Eröffnung im Oktober 2021 ist es ein pulsierender Treffpunkt für Jung und Alt geworden, ein Raum für kreative Begegnungen und vielfältige Veranstaltungen. Nicht zu vergessen sind der Kunstverein und die Sternwarte mit seinem Planetarium. Sie bereichern Neuenhaus nicht nur um künstlerische und wissenschaftliche Perspektiven, sondern ziehen auch Kultur- und Sternenbegeisterte in ihren Bann. Bildung nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Die Schulen und Kindergärten sind lebendige Orte, an denen Kinder und Jugendliche die Welt entdecken und lernen, sie aktiv mitzugestalten. Sie sind Orte, an denen Kreativität und Neugier gefördert werden und junge Menschen wichtige Fähigkeiten für ihr zukünftiges Leben erwerben. Die Feuerwehren der Gemeinden spielen eine zentrale Rolle in der Sicherheitsstruktur, indem sie nicht nur bei Brennen und Unfällen eingreifen, sondern auch im Hochwasserschutz aktiv werden. Besonders, wenn Flüsse wie die Fechte und Dinkel über die Ufer treten. Diese Einsatzkräfte, die sich durch eine Bereitschaft auszeichnen, rund um die Uhr für die Gemeinschaft da zu sein, leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung. Neben der Notfallhilfe sind sie auch in der Präventionsarbeit und der öffentlichen Aufklärung engagiert, um die Risiken für die Gemeinschaft zu minimieren. Ihre Arbeit geht weit über die reine Brandschutzbekämpfung hinaus und umfasst eine umfassende Unterstützung in vielen Sicherheitsbereichen. Die Samtgemeinde Neuenhaus lebt durch seine aktiven Vereine. Schützenfeste prägen das Gemeinschaftsgefühl, während Sportarten wie Fußball, Schwimmen und Buhl neben vielen anderen die sportliche Vielfalt zeigen. Sie bieten Raum für Begegnungen, fördern den Zusammenhalt und unterstützen die persönliche Entwicklung. So wird die Samtgemeinde zu einem Ort, wo jeder seinen Platz in der Gemeinschaft findet. In 50 Jahren hat Neuenhaus eine bemerkenswerte Reise erlebt, geprägt von Kultur, Innovation und Gemeinschaft. Von den festlichen Traditionen bis zu den Zeichen des Fortschritts, von den Heldentaten unserer Feuerwehr bis zum regen Vereinsleben. All dies zeugt von der lebendigen Seele unserer Samtgemeinde. Dieses Jubiläum ist ein Moment des Stolzes, der Besinnung und der Vorfreude auf das, was noch kommt. Neuenhaus ist unser gemeinsames Zuhause voller Geschichten und Zukunftsträume. Möge dieses 50-jährige Bestehen unsere Verbundenheit feiern und uns inspirieren, gemeinsam neuen Herausforderungen zu begegnen. 8K Hunter 1k Acht Acht 2K 2K Acht 2K Vielen Dank.